moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr nach dem neuesten update unsichtbar werdet hierfür müsst ihr erst wieder strom und packer punch aktivieren das ethascope zusammenbauen und danach schießt ihr 4 von 5 blauen kugeln für das caffeine steak ab so sobald ihr bei der fünften kugel seid leute müsst ihr zeitgleich wie wo ihr das abschießt ein timer von einer minute aktivieren dann teleportiert ihr euch ins caffeine steak und begebt euch zum arsenal so leute die anomalie die hier ist die dürften noch nicht aktivieren die aktiviert ihr erst wenn eurer timer bei einer minute ist also ab dem zeitpunkt wo ihr die kugel abgeschossen habt eine minute sobald die minute um ist aktiviert die die anomalie und rennt direkt raus ich würde euch empfehlen leute rennt bis zur abstuhl stelle damit das auch hundertprozentig funktioniert jedes mal das mache ich jetzt auch einmal so jetzt brauchen wir nur noch ein paar zombies ah da haben wir ihn wie ihr seht leute ignoriert mich der zombie und wir sind unsichtbar falls ihr die kiste vom caffeine steak aufmachen wollt leute das könnt ihr auch sehr gerne machen aber geht vorher einmal hier zur abschließt stelle damit ihr erst unsichtbar seid und danach macht die kiste auf damit ihr alle risiken vermeidet und auch unsichtbar bleibt so das war's mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video